Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Deliver as Mars. Wir haben in der letzten Folge hier die Schüssel einmal repariert und die wollen wir heute mal anschalten. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder rein und ich glaube... Ne, da komm ich nicht rein, ich muss hier wieder quer rüber springen. Ich probier's mal aus. Ja, nein. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal. Oder es gibt einen Alternativen-Eingang. Das ist die Nase der Arsche. Okay. Da geht's nicht rein, ne? Das Problem ist, diese Stange hängt da im Weg. Ich doß mir da jetzt den Kopf. Ich komm da nicht rein. Keine Chance. Wir sind vielmehr von unten. Stimmt, so können wir auch mal das ganze Ding angucken. Krass. Okay, jetzt war's zu weit. Oder müssen wir... Ne, es kann ja nicht sein, dass wir hier rein müssen. Das kann ja nicht sein. Hier vielleicht? Gab's da nicht auf der Seite auch eine Tür? Zumindest sieht das hier voll einladend aus. Guck mal. Und wir haben hier wieder was gefunden. Für Winkel und... Winkel ist noch das, was fehlt. Verdammt, Giel! Schließ diese Tür auf! Nein, nein. Hört zu! Er hat die Schubdüsen manipuliert. Wenn ihr den MPT startet, treiben wir entweder weg oder die ganze Arche explodiert. Nur MacArthur kann die Verbindung wieder genehmigen. Wir kümmern uns gerade um ihn. Aus dem Weg! Nein! Arno, durchbricht die Türen! Seid ihr verrückt? Ihr werdet noch... Leck festgestellt. Bereichssperrung folgt. Ich bin am Panoptikon. Ist Labos okay? MacArthur? Isaac! Hogwarts! Das Schiff hat er noch! Wir werden gleich... Dad war während dem Aufstand am Panoptikon. Wusste ich's doch. Da müssen wir als nächstes hin. Jo. Das wäre... Dann die dritte Arsche, ne? Oder waren wir da schon? Ne, da waren wir noch nicht. Dann haben wir auch alle drei Arschen gesehen. Bitte, das ist knapp. Ich drücke einfach mit allen Tassen gleichzeitig auf alle Tassen. Gut. Okay. Alter, wackelt das Ding. Wenn das nicht die schönste MPT-Verbindung ist, die ich je in meinem Leben gesehen hab. Komm wieder zurück, dann brechen wir auf. Ich bereite Habitats für den Start vor. Okay, bis bald. Aber jetzt finde ich dead. Das war Habitats und dann Lebos. Lesbos. Glaube ich. Die, die wir schon hatten. Achso. Wir sind einfach nur wieder zurück. Ach, ich bin jetzt oben bei der anderen? Nee. Wir tritt hier eben da allein. Ach, da. Okay. Dann drücken wir mal. Ach, es geht noch mal da oben. Ach, du Kacke. Oh, schade. Keine Schöne. Ah, doch da. Schön aussieht. Okay. Da sind so ein paar Drohnen. Hier sind wieder ein paar Server. Das sehen wir jetzt. Nach der Werbung. Nein, das machen wir jetzt. Ah, okay. Gut. Hey, mein altes Streaming-Setup. Das muss ich mir notieren. Das Panopticon-Terminal. MacArthur hat die gesamte Kolonie von hier aus überwacht. Er hatte die vollständige Kontrolle über sie und all ihre Bewohner. Dechivrieren. Dann schauen wir doch mal. Okay. Das ist höher. Und das ist Winkel auf der anderen Seite, glaube ich. Genau. Und wir haben es. Es gibt keinen Ausweg, MacArthur. Mach auf! William, es reicht jetzt wirklich. Verbinde Labos und wir klären das. Du, ich und Rosa. Ihr macht beide unser gemeinsames Werk hier zunichte. William? Hörst du mir überhaupt zu? Anzug an, Isaac. Was machst du denn? Zieh den Anzug an. Outward, hier spricht MacArthur. Wenn die Aufrüber nicht umgehend abziehen, lege ich die Arche Habitas still. William, nein. So tötest du alle. Nicht alle. Schalte die Sauerstoffversorgung ein. Da draußen sind noch Leute, die an Outward glauben. Die unschuldig sind. Möchtest du die etwa auch opfern? Nur ich bin stark genug, uns zu retten. Ich tue das Notwendige. Also, ja, Isaac, werde ich. Isaac, bist du ein paar Notikon mit MacArthur? Isaac, bitte antworten. Ich bin... Je bin... Ich bin... bin... Ich bin... Bin... bist du ein paar Notikon mit ihnen. Das wollte ich alles nicht. Sag mir, Korda, Habitas, aktivieren, Reise. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich bin am Panoptikon. Ist Labas okay? Ich schreibe! Holborn, das Schiff und ein Loch! Gehen wir gleich! Hey, Arche Labas! Kann mich jemand hören? Bitte kommen! Labas, bitte kommen! Outboard. Menschen des Mars. Hier spricht Isaac Johansson. Es... Kommt bitte zur Arche Vita. Kommt alle. Ähm, ach so. Ich seh nicht viel. Okay. Gut. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie so ein Waffenkoffer. Ach, was ist Privatquatsch. Ist kaputt. Komm ich anders rein? Okay, das Spiel möchte ich auf jeden Fall nicht, dass ich das ausprobiere. Ich habe es gerade ganz deutlich gemerkt. Ach, hier. Nee. Da muss ich einmal rumfliegen. Aber komme ich denn hier mit dann darüber? Nee, auch nie. Okay. Gehen wir mal auf von der anderen Seite. Probieren wir das mal. Da kann ich nichts machen. Hm. Und du kannst halt auch nicht drüber fliegen. Sonst hätte ich versucht, da irgendwie rein. Na gut, wir gehen mal wieder in die Ausgangssituation, die wir eben hatten. Und müssen hier lang. Ich wusste, dass das da ist. Ich wollte halt nur, ne, aufpassen, ob ihr aufpasst. Also gucken, ob ihr aufpasst. Oh ja. Wo kann ich neiden? Ich will alles zerschneiden. Muss ich das von hier machen? Achso, ja klar. Muss ich das von hier machen. Natürlich. Natürlich. Das wäre sonst zu einfach. Jetzt schicke ich dich nämlich da rein. Weil sonst wäre das ja zu einfach. Ähm. Hier müssen wir lang. Zack. Und das immer. Oh, der hat sich aber ganz bequem hier gemacht. Erstmal, ach so. Kann ich nicht rein. Schade. Erstmal ne warme Dusche. Nach so vielen Tagen unterwegs. Und einmal noch, äh, Höhe und Winkel. Bitte funktioniere. Bitte verschlüsselte Funkübertragung genehmigen. Ich kann's nicht fassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du fehlst mir. Wenn du das hörst, weißt du, von wo aus ich es ende. Vor zwei Jahren verlor Outward die Verbindung zur Archelaus, zur Hauptstromquelle. Ich bin ein Archivita, die du auf dem Mond gesehen hast, als du klein warst. Weißt du noch? In dieser Funknachricht ist der genaue Standort von Archivita verschlüsselt. Ich spiele es jetzt. Ah, A-Line schlüsselt es. Hör zu, Mondbeer. Ich lebe noch. Komm und find uns. Bitte. Übertragung fehlgeschlagen. Verdammt. Oh-oh. Ich habe Claire immer wieder gesagt, dass du dafür nicht bereit bist. Der Situation nicht gewachsen bist. Doch das zu verschweigen? Wir gehen. Jetzt. Du nicht so fromm. Wie bitte? Ich weiß, dass du mich nur mitgebracht hast, damit sich mein Dad erweicht und friedlich mit uns kommt. Damit ihr ihn dann wegsperren könnt. Ja, er gehört doch weggesperrt. Entweder das. Oder? Plan B? Was ist mit unseren Waffen? Hab sie entsorgt. Ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Du hast so viel Potenzial. Könntest so vielen helfen und wirfst das alles weg. Nur wegen deinem verdammten Egoismus. Sarah, das ist nicht der richtige Weg. Claire wäre so enttäuscht, dass du genauso geworden bist wie dein Vater. So stark und doch schwach. Du hast die Waffen mitgebracht. Dich trieb der Schmerz an, Sarah. Wer ist hier also schwach? Du weißt gar nicht, was ich durchgemacht hab. Ich will hier das Richtige tun. Ich will hier alle retten. Wie denn ohne Archivita? Brauchen wir sie nicht? Oder bist du nur zu Fallge meinem Vater ohne Waffe gegenüber zu treten? Ich gehe zur Archivita. Und finde dort meinen Vater. Nicht in einer Million Jahren. Ella, jetzt! Sarah? Nee! Kathy! Filmliebhaber. Und harte Zeiten. Ach du Gott, Kacke. Jetzt werden wir hier vollgeworfen. Du bringst hier alles in Gefahr. Komm sofort hierher zurück. Wo geht's denn raus? Du gefährdest die ganze Mission. Kathy! Nö. Wo war der Ausgang? Ich glaub da hinten, oder? Hab ich jetzt eine Treppe. Mist, ist gar nicht auf. Da hinten ist auf, glaub ich. Komm schon! Ich komm da nicht hoch. Nein! Mist, da sind unsichtbare Wände. Doch nicht. Aha! Hallo? Das ist... Fun! Ich will doch nur hier raus. Ach da! Guck mal, da ist eine Treppe. Perfekt. Hier kommen wieder Rätsel. Nein, hier war ein Rätsel. Kann ich theoretisch wieder zumachen? Hier sind wir wieder sauerstoffabhängig. Und wir halten uns jetzt ran. Da ist der Aufzug. Perfekt. Und Action. Steht der WoW noch da? Wo wir den geparkt haben? Jetzt haben wir einen Blick. Oder auch nicht. Okay, wir sind unten. Äh, wo hab ich geparkt? Ah, da hinten. Ach nee, jetzt steht er hier. Okay. Steigen wir direkt ein. Los geht's. Wir kommen da durch, Ayla. Ich kehre nicht um. Cassie? Ich weiß ja, was du finden willst. Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst. Warum? Wir haben Schmerz und Zerstörung erlebt. Wir wissen, wozu sie fähig sind. Wir sollten das nicht... Dann sag ich's halt, wenn du's so willst. Ich hab Angst. Angst vor dem, was du finden wirst. Oh Gott. Fast überschlagen. Angst, dass wir keine nicht retten können. Angst vor deinem Vater. Doch mehr als alles andere... ...hab ich Angst... ...vor dir. Verstehst du mich? Aha. Das Schicksal... ...von uns allen... ...liegt in deiner Hand... ...und ich weiß nicht, was du damit vorhast. Sachen machen. Bitte. Bitte mach das nicht ganz allein. Wir kommen da durch, Ayla. Ich kehre nicht um. Oh, oh, oh. Ähm, Kathy? Äh, hä, hä. Ah. Ich weiß ja, was du finden willst. Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst. Ja, noch ein bisschen drehen, noch ein bisschen. Wir haben alles hier... ...unter Kontrolle. ...neun Bedürfnisse. Vor 15 Jahren. Dad! Wo bist du? Oh. Okay. Hilf mir! Kathy, wo bist du? Ich... ...ich... ...sieh dich! ...bin hier! Der ist da aber nicht. Der ist da rum. Wo ist er denn? Von da kommt die Stimme. Oh Gott. Sind wir auf dem richtigen Weg? Da kommt auf jeden Fall ein Geländer. Da ist das Haus. Oder die Scheune. Ich finde sie. Du bringst Kathy in den Schrank unter der Treppe. Ihr bleibt im Schrank, egal was passiert. Mama und ich kommen so schnell wie möglich zu euch. Liz! Liz! Kathy, komm her! Schnell! Kathy! Beeilung! Liz! Wir haben Kathy! Liz! Liz! Isaac! Wo bist du? Beim Haus! Komm zurück zum Haus! Ich... Ich kann nicht sehen, wo du bist! Folge meiner Stimme! Schnell! Der Sturm kommt näher! Ich finde euch nicht! Liz! Liz! Ich sehe das Observatorium! Nein, 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 nein! Geh da nicht hin! Es ist nicht sicher! Nein! Liz! Kathy, bleib da, okay? Bleib, bleib da, okay? Bleib da, okay? Dad! Dad! Elizabeth! Oh, mein Gott! Liz, 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 Liz! Lies! Dad! Dad, bist du okay? Dad! Na, komm, mein Schatz! Steh auf, Liz, komm schon! Liz, der Sturm ist vorbei, komm schon! Steh auf! Ich steh auf, Liz, Liz! Geh nicht! Geh nicht! Dad, bitte! Geh nicht! Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir... nicht einfach umgezogen? Wir hätten doch einfach schon umziehen können. Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Da sind wir wieder im Sturm. Das sieht aber jetzt ein bisschen abgedreht aus hier. Und zwar sind wir hier. Okay, da wollen wir hin. Wir fahren, glaube ich, da so leicht schräg drüber. Ja, krass. Oder hier unten weiter. Ja, doch, fahren wir hier weiter. Schauen wir weiter. Dass wir in diesem Sturm auch wieder zurückfinden. Das ist jetzt die Frage. Ach du Kacke, was ist denn das? Ist das eine riesige Kuppel? Sind das Bäume? Immer schön weiter Vollgas. Wobei, jetzt ist er undurchsichtig. Perfekt geparkt. Guck mal. Geh rein, finde deinen Vater. Das wäre echt schon, glaube ich, ziemlich weit. Also, was heißt ziemlich weit? Extrem weit, habe ich das Gefühl. Gefühl. Weil das ist ja dann jetzt die letzte Arsche. Okay, doppelt gesichert. Ja, das waren Bäume. Und da leben Menschen. Krass. Ganz entspannt hausen die hier. Das sah von außen gar nicht so groß aus. Ja, Wahnsinn. Punkt, Punkt, Punkt. Wir sollen einfach hier durch. Okay, das ist auch nur wie ein Schlauchgang. Wunderhübsch. Sogar da wächst was. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, ich habe das. Ist Isaac hier? Isaac Johansson? Isaac Johansson? Was bist du groß? Mein Gott, du bist so groß geworden. Krass. Da sind wir. Die Nachricht kam an. Ja. Das einzige, was durchkam, war das erste Wort. Mondbär. Unfassbar, wie groß du jetzt bist. Ich hätte alles gegeben, um... Isaac, hier Conrad. Hallo. Der Kohlenstoff ist genannt. Wir brauchen noch etwa 1000 TCM von Habitats für den Vita-Ausdruck, also... Es tut mir echt leid. Odom sinkt sehr schnell. Miyoshi und ihr Wasserstoff haben Priorität. Ich genehmige euren Kohlenstoff für die nächste Lieferung. Jill kümmert sich drum. Okay, danke. Danke. Genehmige die Anfrage, Argus. Ist das MacArthur's ASI? Ja. Ja. Ich hab' ihn mitgenommen nach... Ähm. Sind das die einzigen Überlebenden? Ja. Ich wollte, es gäbe mehr, aber es, äh... Es war... war ein übler Tag. So viel Trauma. Die... Spaltung. Die Gewalt. Seit diesem Tag sind unsere Energieressourcen äußerst knapp. Nur einen Überfluss an Sauerstoff bekommen wir nach wie vor von Habitats. Ansonsten müssen wir abwägen, was wir mit unseren Ressourcen tun können. Und das ist, äh... Ist schwierig. Doch bisher funktioniert es. Es ist so... Wunderschön hier. Fast schöner als auf der Erde. Ja. Die anderen Leute... Sie sind nicht so erfreut, dass ich da bin. Oder? Nein. So... So ist das nicht. Ähm... Sie wussten nichts von der Nachricht an dich. Und haben wohl nicht erwartet, je wieder jemand... Anderen zu sehen. Oh. Ach so. Ich dachte, er macht irgendwas. Dann sind wir mal gespannt. Krass. Sie ist jetzt schon. Mir. Mir fehlen die Worte. Los. Sieh dich doch mal um. Und wo ist die Scheune? Nee, Spaß. Wenn du dich umgesehen hast, habe ich in der Küche eine Überraschung für dich. Ist das Haus nicht die Überraschung? Nun, ja und nein. Ich will jetzt nicht zu viel Rummel drum machen. Vielleicht gefällt sie dir ja gar nicht. Sieh dich also ruhig erst weiter um, wenn du möchtest. Das machen wir natürlich. Hier ist dieser Raum, in dem wir nie drin waren, ne? Stanley, 15.04.2069. Hi Isaac, gute Neuigkeiten. Überwachungsteam haben den alten Standort des Wohnprojekts komplett leer gefressen. Sie sind jetzt unterwegs. Es ist noch mehr, als wir gedacht hatten. Obwohl die Staubstürme viel von dem Metall an der Außenseite unbrauchbar gemacht haben. Gut. Ja, klar. Darf ich fragen, ob alles in Ordnung ist? Du hast die letzten Monate so zerstreut gewirkt. Ja, gut. Womit kann ich behilflich sein? Äh, 16.04.2069. Keine Sorge, ich bin nur beschäftigt, wie alle anderen auch. Wenn mit der Produktion alles geklärt ist, lass mich wissen, ob der nächste Überwachungspunkt, äh, wo der nächste Überwachungspunkt ist. Klar doch. Das große Ganze. Das Bett ist ein bisschen zu weit in der Wand. Aha. Marsman, Ausgabe 7. Konvergenz. Autor, Konrad und so weiter und so fort. Kennen wir ja schon. Nachdem sie im Kampf schwere Verluste erlitten hatten, zieht der Astronaut sich in die marsianischen Ebenen zurück. Allein. Während er versucht, in der Einöde des Mars zu überleben, denkt er über die Konsequenzen seiner Handlungen nach. Erleichtert kehrt er aus der Wüste zurück und bittet um Vergebung. Die Marsianer gewähren dem Astronauten in einem Anflug von wahrem Mitgefühl ihre Gnade. Eine zweite Chance, sein Teil beizutragen. Der Wunsch, äh, der Wunsch es wirklich zu versuchen. Kann der Astronaut sich bessern und reinbleiben? Das muss ich mir notieren. Notiert. Da sind wir. Ich kann die Küche noch nicht betreten. Schade. Oh, ich hab da vielleicht übertrieben. Ähm. Hier ist sie. Ich weiß, du bist zu alt für Spielzeug, aber... Den hab ich gemacht. Aus Holz, das hier wächst. Schau, von dort drüben. Ich brauchte ihn halt einfach. Als Andenken an dich. Das ist doch schön. Er ist sehr fragil, also. Bitte sei vorsichtig. Geht schneller kaputt als die von früher. Was denn? Magst du ihn nicht? Ich weiß, was hier los war. Die Hologramme. Und... was du getan hast. Okay. Dann... Hältst du mich wohl für ein Monster? Ja. Das nicht. Ich verstehe das schon. Ich denke oft an. Jeden Tag. Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehe. Ich wollte mich raushalten. Ich hab im Leben so viel falsch gemacht und... Aber... Damals... Musste ich sie beide stoppen. Bevor hier alles aus war. Warst du etwa gegen Rosa und Homewood? Wolltest du denn nicht zu uns nach Hause kommen? Das ist kompliziert. Aber du bist hier. Jetzt bist du hier und ich lasse dich nie wieder aus den Augen. Hier bist du in Sicherheit. Ich beschütze dich. Versprochen. Dad, ich... Wir sind gekommen, um dich zu retten. Hörst du? Mich retten? Dich zur Erde zu bringen. Du willst... mich zurückbringen? Aber... Deswegen hab ich die Nachricht nicht geschickt. Ich hab sie geschickt, damit du hierher kommst. Was... Was machst du dann hier? Zurück auf die Erde. Sie werden... Was war der Plan? Was war der Plan? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Aber... Aber, Dad, wir müssen die Archen mitnehmen. Zur Erde. Nein, 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 nein. Arche Habitas liefert uns den Sauerstoff. Arche Vita gibt Leben. Wenn man sie wegnimmt, bricht die ganze Struktur, das ganze System zusammen. Du sagst es doch, es ist hier schwierig. Die Kolonie ist trotzdem stabil. Sie funktioniert für... Für uns alle. Ich zahl das auch für dich. Hör mich jetzt bitte gut zu, Mondia. Die Menschheit zerstört die Erde. Die Archen bestimmt auch. Sie gehen dann an die reichste oder stärkste Nation. Das darf... Schau, was wir vollbracht haben. Die Mondbasis. Outward. Und die Erde retten will niemand? Ich bin gleich dort. Warte bitte hier, ja? Ich erkläre alles. Versprochen. Bitte. Okay. Ach. Ach. Let's pray. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sarah, wie bist du? Schnell, verstecken wir uns. Sie kommt zurück, gibt's ein Versteck. Schnell. Beeilen wir uns. In den Schrank. Schnell. Lasst mich das mit Cathy besprechen. Cathy? Kevin war sich sicher, Isaac. Es ist Sarah Baker. Sie muss mit unserem Rover hergekommen sein. Cathy? Wie wissen Sie, wo wir sind? Wie haben Sie uns gefunden? Sie ist weg. Was? Cathy ist weg. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Findet sie? Ganz weit weg. Bitte. Jetzt. Unisim. Meine Tochter und der Einbringling sind weg. Verschließt den Eingang. Durchsucht die Kuppel vollständig. Findet sie! Das ist der Name vom Entwickler. Alles okay? Schon gut. Gehen wir. Oh. Video. Sarah, was ich getan habe, ich weiß es war. Ist schon gut, ich habe alles gehört. Hab ja auch eine. Siehst du? Wir müssen zurück zu Habitats. Hier wimmelt es nur so vor. Leute, bei mir wird die Lage etwas brenzlig. Ja? Ja, die Kolonisten sind sauer, weil du den Rover geklaut hast. Sie suchen einen Weg rein. Okay. Ich habe den Stream-Punkt vom Aufzug gekillt und Barrikaden aufgebaut. Pass auf, ja? Ihr müsst wieder zurück, sonst hindern sie uns dran, hier wegzukommen. Ja. Wir stehlen noch einen Rover und meiden zigtausend Kolonisten. Wir müssen weiter zur Archivita. Ryan, leite Habitats Strom zu Vita um und mach uns startklar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Wir ziehen es durch. Okay, verstanden. Ich gehe zum LBT-Terminal. Seid beide vorsichtig, okay? Ich hatte einen Weg gesehen. Alles okay? Ja. Es geht. Los, komm. Äh, ja. Ich würde sagen, für die Zuschauer auf YouTube machen wir jetzt mal wieder einen kleinen Cut, weil wir nämlich schon wieder am Ende einer Folge sind. Schon wieder ein bisschen länger. Und, äh, das heißt, wir folgen ihr in der nächsten Folge. Und, äh, ja, dann geht es, glaube ich, in die Ziele gerade. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.